Musik 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 Jetzt muss ich hier irgendwie heile runterkommen Da ist noch ein Huhn Oh Gott Watt Musik Krass Jetzt bin ich auf dem scheiß Eis aufgekommen Bleib da Hä Froster Okay Achso Das macht Eis unter mir Ja Krass Ja heilige Scheiße Dann würde ich einfach mal sagen Ziehen wir die an Und dann laufen wir mal drüber Ja lol Das sind ja mal geile Schuhe Krass Krass Hä Okay Dann bleibt es einfach so Ja Ja Jambi Zombie 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 Zwei Schläge noch Jawohl Oh da liegt ein Herz Das Das hole ich mir Oh Das sieht ja mal cool aus Aha Lol Ich habe Ich habe natürlich kein Holz Ich habe natürlich kein Holz Na ja Laufen wir mal ganz gezielt darüber Äh Wo war denn das Ach du Scheiße Wo war ich denn da drin Hier drin Au Au Ne Ich war glaube da unten Soweit ich weiß War ich hier unten Oh Gott Wenn ich das jetzt nicht mehr finde Au Kacke Komm Bewegung Oh shit Wo war das Oh shiti kacki Was ist denn das Was ist denn das Achso ich habe ja nichts mehr Oh Oh Ich muss jetzt hier den Stein weg kloppen Tut mir leid Man Komm schon In der Ja Ja Ich bin da Ich bin da Da hinten ist ein Skelett Oh Gott Oh Gott Oh Gott Komstell Dann Komm schon das schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich das schaffe Das schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich gor Grab Wohl Das hatte ich mal kurz gezweifelt an mir aber dann habe ich es geschafft Oh Gott mein Gott jetzt tun mir meine Finger weh auf jeden Fall mache ich hier jetzt erstmal einen zweiten Ofen so denn da oben ist ja auch noch was so aber jetzt geht es doch alles viel schneller ich brauche Holz weil das hier wollte ich ja noch abbauen und dann war hier oben noch was das sehe ich das sehe ich kaum das will okay jetzt will ich mal gucken wie das im Default aussieht okay da erkennt muss aber im im stimmt ich hoffe es nur nicht so wichtig dauert aber noch lange und ich sag einfach mal das ich es die ganze, dass ich es halt nicht übersehe. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hier oben hat da irgendwo noch Kupfer. Hier. Das war glaube ich nicht das, was ich gesehen habe, aber trotzdem Kupfer. Redstone, Redstone. Ich weiß halt nicht, ob jetzt Redstone wichtig ist oder ob es halt nicht wichtig ist. So, das packen wir mal da rein, weil dann mache ich mir hier schnell ein bisschen Schweinefleisch. Puh. Fäckelchen habe ich auch keine. Warum eigentlich nicht? Höh. Okay. Ich habe keine Fäckel. Zinnerz. Das ist da oben. Das boi nicht. Das boi nicht. Das boi nicht. Das boi nicht. Ja, das boi ich auch nicht. Bla, bla. Bla, bla. Halt da hinten. Ach, erst mal was essen. Puh. Das boi ich auch nicht. Meine Güte, das war ja was. Ich kann es euch sagen. Ah doch, hier habe ich Fackeln. Da, die Erde brauche ich eigentlich auch nicht. Ähm, jetzt wollte ich mir ja noch irgendwas machen. Ach ja, genau. Ich wollte mir mal ein Schufel. Und ich wollte, glaube ich, ein Backpack machen, soweit ich mich erinnere. Ach ja, genau. Jetzt ruft mich da jemand an. Aber, das ist mir jetzt egal. Ich crafte mir den jetzt einfach und ich hoffe, dass das jetzt geht. Au. Er geht. Wunderbar. Wo bin ich denn jetzt? Ach ja, ich wollte noch was anderes versuchen. Und zwar habe ich hier den Marble Cobblestone. Ihr werdet... Oh, es geht. Ich habe jetzt gedacht, dass ich da total bescheuert bin. Und ich den Marble Cobblestone nicht braten kann. Was kommt denn da raus? Marble. Ja. Wenn ich jetzt Marble platziere... Was? Hallo? Ah. So. Dann wird es wahrscheinlich wieder zu Marble Cobblestone. Ach ja. Das heißt, das hier ist Marble. Okay. Ist wahrscheinlich bloß ein Baumaterial, schätze ich. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es ja nicht sagen. Ich glaube, ich sollte mehr Hexit spielen. Fällt mir gerade so auf. Weil es gibt es ja anscheinend nicht wenig. So. Ich mache hier einfach mal ein Stack voll. Wo gehen wir weiter? Oh, ich habe da. Ich mache mir just... Ich mache ich meinen transitionalen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020